Hallo, die Schule fängt wieder an, so auch der Kindergarten und natürlich auch die Früherziehungskurse in dem musikalischen Bereich. Da wird sehr häufig gefragt, was kann ich denn da nehmen? Man kriegt manchmal auch eine Unzahl an Instrumenten angeboten, die eher aus einem fragwürdigen Bereich kommen. Wir legen da schon sehr viel Wert auf Qualität, vor allem auf Nachhaltigkeit und vor allem, dass keine gesundheitsschädlichen Komponenten für Kinder drin sind. Es klingt unglaublich, ist aber tatsächlich ein Faktor. Deswegen arbeiten wir sehr gerne mit der Firma Rohema. Die fertigen komplett in Deutschland, haben richtig schöne Sachen, werden so auch im Musikgarten genutzt. Das sind alles unbedenkliche Lacke, haben spezialisiert auch für Kinder ab einem Jahr schon Instrumente im Sortiment und die tun dann tatsächlich auch richtig gut. Wer selbst ein bisschen kreativ sein will, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte, ist, dass baut ihr deinen eigenen Pilzkopf-Shaker. Einfach nach Wunsch befüllen, Deckel drauf, vielleicht noch etwas dekorieren mit Wasserfarben oder Fingerfarben, die ihr da gerade zur Verfügung habt. Und schon habt ihr einen richtig cool klingenden Shaker und könnt in die Früherziehung starten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.